und willkommen mein name ist dann die bro lp ja und mein name ist mit dem mario bros der wirst euch zurück zum bro forst beim letzten mal haben wir die ersten drei werden noch geschlossen und befreit für amerika oder so in der art und jetzt machen wir weiter die falsche hände geraten sind okay mach mal okay schon gesagt dass ich mich null irgendwie erinnern kann das spiel ich glaube du hast es erwähnt charakter kann ich noch aber wir sind bei der rambo auch mal wie für granaten wasser kann halt nicht ab sprengen wir sie weg jetzt nicht sofort also nicht weiter wir müssen nicht da rein wir müssen nicht darunter fallen also vielleicht doch aber aber auch auf eine andere art und weise hat er mal kanaten ab da brauchen keine ich schieße mich einfach durchs gemüse da muss man nicht herunter aber jetzt passiert müssen stein auf den kopf gefallen ja genau so einer nur kleiner auch in sinze ich bin rambo ich bin unbesiegbar da kann sie gar nicht da müssen wir runter ja wir müssen irgendwie runter auf die steine auf ja dafür haben wir die granaten jawohl du schaffst das schon kein problem ob er um die steine sorgen einer wollte ich nicht nein ja da kann man auch genau es hat dann was auch immer ist es hat mich getroffen da könnte ein bisschen schwieriger werden wahrscheinlich wir haben schon das level jetzt geschafft der fn wg auf die steine auch ich habe ihn nur einmal berührt wie gut dass ich weggegangen bin mein gott wir sind eine gefahr für uns alle ja 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 auf der point level zu ende also gerade unseren getötet muss ich aber auch nicht das kommt auch bestimmt jetzt fest auf reine das wollte ich dich das wollte ich nicht ein ab verlaufen was macht hier ja die fressen einfach die anderen hunde ja manchmal kann man nicht hier runter und ich direkt hier runter gehen so sowieso die ganze abkürzung klappt sogar ja jetzt glaube ich doch nicht in den level auf aprikose die leute hier sehen ich aus wie wir sie sprechen anders und benehmen sich merkwürdig bros wir müssen an der patriot hat man wieder gesprochen es ist bald amerika ich habe keine ahnung ich habe eine geiselhause immer erst getötet da wollte ich nicht machen das da beim die vor ja manchmal seit ein bisschen zu viel warum kriegen wir so viele von denen ich bin auch ganz wahrscheinlich irgendwie so ein produkt benutzen ich glaube wir müssen hoch und noch ein neuer ich glaube mit einem spitzer kannst irgendwie unbesiegbar werden also nehme ich an weil sie nicht ich bin der terminator die mussten die urlp zurück das da war aber das was wert für amerika genau das was zu sagen wird dieses erwarte ihn ruhig mehr nein genau ein schuss nämlich irgendwie an hier overwatch ich musste beim flexen verständlich davon welche jetzt nicht mehr ich bin der rom sieg war aber wohnen lässt nicht boden wenn ich mit meinen eigenen raketen weggeschossen ich weiß übrigens nicht ob ihr neue charaktere noch dabei sind seit ich das letztes mal gespielt habe hier unten ist munition warte ja eine schuss warte mal wieder weg gehen kann ich kaputt machen doch kann man was du dich kaputt machen warum ist das war ich nicht ich habe es nicht getan das war ich nicht ich bin schon da unten gekommen aber ich lief genug ein blatt und das war es und damit sie ja versuchte aber go 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 erkennt uns nicht erwartet unten als erwartet habe ich für drückstoß es so merkwürdig viel nur stille ist ja wir brauchen mehr action ich bin das geräusch von ex klonen und zerstörung so sehr gewöhnt ja nein das ist eine geile und dann gibt es noch eine menge naja genau von dir gibt es die ganze menge nein sagen ich nehme seine eine knarre zwischen post zu sein wenn mich näher an den anderen mich an wie sehen kann ich habe schon kaputt gemacht was sie mit dem gemacht habe ich habe etwas mit dem gemacht dass er mit diesem gast denken hier wieder oben geschossen hat hier ist noch viel erleben weil ich jetzt gerettet habe dann hätte er eine weitere um mich wieder zu beleben darum ist ein das ist auch eine die oder beide dass mich mal die andere retten damit ein leben bekommen ok so wie dazu ja so wie dazu ja so wie dazu so war denn jetzt auch mit so einem ding kaputt machen können wir nein ich gehe noch mal da bist du ja da ich habe die power ranger musik wissen ja war schon der vierte gebiet dann auch mit scharlach so dachte ich würde die neue pokémon er ist gesagt heißen ja wir heißen die noch mal kam es ihnen und purpur genau ich glaube das heißt irgendwie scarlett auf englisch deswegen habe ich erst gedacht scharlach wird irgendwie die offizielle übersetzungen leisten es gab es gar nicht vorbestellt ne noch nicht aber ich habe es bereits getan inklusive stil ich will einfach nur beide wieder auf einmal haben ich auch keine zeit für erklärungen wo es ihr wisst was zu tun ist alles klar das macht einfach kaputt und so ja 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 was ist dann dafür für die gegend amerika moment das ist nicht amerika noch nicht nein ach okay doch der satbörter uns aber aber rückstoß eine dinge tot anbombe ich bin auch schon tot ich habe mich hier nicht durchzukommen ich weiß wir kommen jetzt hier ich weiß wir kommen ja genau da ist ein checkpoint oh gott oh gott was weg aber das ist immer noch neben keine ahnung wer es ist glaube ich der typ aus das hat die will hier vor den umweg gehen hier überall kommen ich gehe den untergrund weg als sicherer glaube ich ja und ist schön sicher etwas sehr unsichere gegend ja ja rolle an der war kann ich habe keine ahnung ich bin so ich gehe euch daraus hallo da ist das ende nein abstellen abstellen aber schweres level wenn ich erledigen können leichte da ist auch noch mehr da gehe ich hin ich mach mal kurz in der kirche jetzt ein schuss abweg wieder an die spitze ja was den total aber ich kann die fans sind okay dann versuchen wir in den einsteigen kannst ich habe eine geile getötet das ist meine machst du wir fahren rumglätschen alter ja eigentlich dachte ich war mal geil war noch wollen tot dann auf dem werfen nein ich bin gestorben wie ich gestorben wir kommen hier hoch gar nicht ja also ja da kommen ich weiß schon oder tag bei das was bewährt daraus aber ich musste ja unbedingt töten nein aus der ziel wenn ich nicht wieder so ist man mir immer wieder belebt wenn man ziel erreichen weil ich dann auch zwei leben hatte oder so jedes mal ich gehe sofort da rein ich gehe hinter dem truck alles ist gut ich habe die rakete mit mein gesicht abgefangen tatsächlich verwirrend aber stimmte war der schnapp schwer es so Kaisers Ah, immer noch neben Ich konnte es mit Y machen Ich glaube es geht nur einmal, ich glaube es ist kaputt Aua Stein auf den Kopf gefallen Oh man Da rein, lass mich da rein Du hast mich gerettet Ich habe nicht gerettet So erstmal zurück Er ist der Auserwählte Doch mal dein Spezialdingen Du kannst damit holen abwärten Also Ich gehe rein Ich gehe rein Ja, ich bin nun Musik Oh Gott Oh mein Gott Ich gehe mal hier durch Ich gehe mal abkürzung Ich weiß nicht, was da rum abgeht Aber ich bin froh, dass ich hier unten bin Ja Na Ich gehe mal abkürzung 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 Oh Gott Surprise Oh 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 Ich war nicht so lange um besiegt war man Und auch der Ball hat aus allen Rohren Nächster in der Büro Oh Es hat gesehen Ja Hab ich schütze einfach Zehn zurückgeschossen Nimm das Wir haben das Gebiet Okay Dann war es auch schon wieder mit diesem Pfad Ja Voll schnell gegangen So wie eine Bonusvision Ja Ja Bedrohung ist mit der UB Aprikose Und Mandarina Und Mandarinen Sind sie besten da Ja Oder was hat man diese Folge Und in der nächsten Folge Sehen wir uns wieder meine Bros Yeah Schüsse Kosti Ciao Ciao